Die Schoko-Insel ist dran. Oh Gott, lecker. Auf geht's zu Schoko-Insel 1. Was hat man denn hier so schönes? Boah! Dinos! Cool. Upsala. Feuerspucker. Oh fuck! Natürlich, ne? Das ist meine. Ich bin so ein Noob in dem Spiel. Nicht umdrehen. Mir kann man sowas echt nicht in die Hand drücken. Den wollte ich jetzt aber haben. Dankeschön. Oh 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 oh. Danke. Das hat jetzt auch viel gebracht. Ja! 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 Wäre nicht doof, ne? Das ist meine. Wie, die habe ich hier? Ach, das ist doch scheiße. Huh! Huh, Yoshi! Ich bin ein Dino. Huh, 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 huh. Alter! Was ist das hier? Huh, wo geht's denn hier lang? Huh! Das ist ja wohl ein Scherz. Wie ist das denn jetzt passiert? Wo soll ich das denn bitte riechen, huh? Dass mir da einer... Ich hasse dieses Spiel. Wie man den Pilze da oben rumfliegt. Boah! Habt ihr das gesehen? War das knapp. Boah! Ja, ha, ha, ha! Boah! Hallo! Wie geht mir das? Wieso stirbt der da vorn? So, wollen wir mal weitergehen. Oh, oh, eine Feder. Hab ich die Küche nicht gesehen? jetzt aber level souverän geschafft ja easy peasy oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn das noch schlimmer wird, ne? so, Schoko-Spuk-Haus oh ah! Leute verschwindet der Boden hier einfach bitte nicht überall ah! 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 läufe! was hab ich denn jetzt gemacht? ah! nicht fliegen ah! mittelgrund Jetzt kann mir alles egal sein. Tschüss. Bin ich jetzt gelandet? Ach, guck, die kommen mit. Muss ich die nicht sogar hier haben? Komm mal her. Wie muss ich die mitnehmen? Ich habe in Erinnerung, dass ich die mitnehmen muss. Okay, nicht hier hin. Ach, da. Das schaffe ich. Jawohl. Ah, Secret Exit. Ich hatte in Erinnerung, dass ich irgendwas mit denen machen musste. Woher komme ich damit zu der Tür? Was öffnet sich denn da jetzt? Wo geht es denn da hin? Ach Gott, ein roter Level. Was war jetzt da oben, wenn ich den normalen Ausgang nehme? Ja, meine Neugier jetzt. Ach Gott, jetzt bin ich hier schon wieder... Ah, guck mal, easy hier. Nicht zu schnell werden. Na, das kann ich wohl eben abwarten. Mist. Mist. Ah. Da, weg. Oh, 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 war aber knapp. Ach. Das war aber geil. So, den brauche ich jetzt nicht mehr mitnehmen. Oh, mein Gott. Das bringt nicht mal was. Ah, weg. Was ist das denn? Wo muss ich hin? Oh, mein Gott, nicht. Ach, das war sogar der einzige Ausweg anscheinend. Moment. Scheiße, jetzt habe ich Mist gebaut. Was steht da? Die Zahl der gesammelten Münzen oder die verbleibende Zeit kann den Spielverlauf verändern. Findest du den geheimen Ausgang? Will ich gar nicht. Oh, Münze. Ja, ein Leben. Das kenne ich aber noch, das Level. Gibt ganz viele verschiedene Sachen. Oh, das ist eklig. Dann. Ja, oh, oh. Heilige. Sehr bewusst. Und nun? Wow. Oh. Hehehe. Es ist mir egal. Erste Geheim, man muss es gern. Nice. Wo führt der mich jetzt hin? Da, eine Röhre. Aha. Die Röhre führt mich. Oh. Hier hin. Schoko-Rätsel, dann machen wir das auch noch. Oder auch nicht. Wo geht's rein? Okay. Wo sind wir hier? Hallo, hallo, hallo. Oh, Hammer, Bruder. Ah, geht weg. Boah. War ganz schön risky hier, wa? Alter. Da war mehr Glück als Verstand. Moment. Nein, doch nicht. Aufpassen. Bin ich zu... Boah, seht ihr das? Wie gemein. Das geht aber auch steil hier runter. Das geht doch runter, ich seh das doch, komm. Geh weg. Lasst mich in Ruhe. Ja, klar, die gehen ja alle runter, der Rad. lasst ihr mich in Ruhe. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wow, alter, das war ja krank, Gott sei denn nur ein Exit, wo komme ich denn jetzt raus, wo komme ich raus, aha, ach guck mal eine Abkürzung, die will ich aber nicht. Nö, ich will die Sachen hier schon mitnehmen, okay, jetzt geht es irgendwie um Zeit und Hasse nicht gesehen und um eingesammelte Münzen, ja, ah, 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 ah ah, ah, ah ah, ah, ah ah, ah, ah 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 Noch Münzen. Ich habe eine verpasst. Aber ich kriege sie noch. Yeah. Komm ich jetzt raus? Das ist was anderes hier, oder? Das ist was anderes. Geil. Wow. Rexies. Komm's, komm's, komm's. Alter, der hat ja Hunger. Lass es dir schmecken, Josch. Wasser, okay. Ja, Pilze. Die Boten des Teufels. Nein. Na, ist jetzt auch egal. Toll, sonst hätte ich es geschafft hier, oder was? Tollerei. Ah. Guck mal, pass auf. Die Hälfte stützt sich nicht in den Abgrund. Yeah. Wieder ein Lerweil geschafft. Mal gucken, ob das jetzt irgendeinen anderen Ausgang freilegt. Erst mal Bonus-Game. Äh, hier. Hallo. Ey. Ich will irgendwas aktivieren jetzt. Hallo. Komm, ich will hier raus. Das kann doch nicht wahr sein. Lass mich raus hier. Ey, guck mal. Ey. Ausgefallen. Geil. Schoko-Insel Level 3. Oh, Gott. Nein. Nicht so weit. Oh, da. Ja, wenn wir das gibt, das ist ein Geschenk der Götter. Das ist ja wohl mal selbstverständlich, dass ich den dann nutze. Dankeschön. Oh, cool. Achso, das ist so ein Münz-Teil. Ich glaube, ich da raus? Nein. Okay, mehr gibt es hier auch nicht. Dipp, dipp, dünn. So, nur ein Bonus-Raum. Danke. Fuzzies. Ich fasse es ja nicht. Okay. Okay. Wow. Tschüss, Yoshi. Schön war es mit dir. Ich geh mal hier lang. Oh nein, hier brauchte ich Yoshi für den Secret Exit. Ja, ja, ja. Da brauch ich einen Yoshi für den Secret Exit. Denn da unten kann ich dann langfliegen. Ja, komm, das will ich aber noch machen. Ja, genau. Jetzt passiert nämlich folgendes. Ekel auf im Kreis. Ich weiß jetzt nicht, wo es Yoshi gab. Ich laufe jetzt nochmal zurück und hole ihn hier. Yoshi. Was hier bis zum Ende war? Oh, ich habe ihn jetzt gerade leichtfertig geopfert, ey. Ey. Da oben hin. Und wieder zurück. Ach, ist das schön hier. Und da sind wir wieder auf der Schoko-Insel. Auf geht's. Und da ist unsere Fahrkarte, die Freiheit. Wenn wir mal zwischenlanden. Neu aufsnacken. Sonst verschwindet der mit der Zeit und das wäre äußerst uncool. So, das können wir auch nochmal machen. Fly Yoshi, fly away. Und hier gibt es, glaube ich, noch drei Lives. Woohoo, geschafft! Das ist der Secret Way. Zeig euch jetzt, was mich denn ever tut. Yeah, man! So, und den brauchen wir auch, damit wir in die Schurko-Festung kommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hasse diese Festung, ne? Das sind die schlimmsten Dinge, die du ihm antun kannst, ey. Oh, das finde ich gut. Ey, ich hab mich gebückt. Nein! Ich kann mir das nie merken. Wer schießt hier alle? Ey! Oh, das war gebückt. Ach, scheiße, jetzt bin ich gebückt. Oh, das war ganz okay. Ich wollte so dank ein Safe Point. Wieder rein? Der reagiert ja einfach manchmal nicht. Okay. Okay. So, und nicht anders. Uah! Dankeschön. Okay. Okay, der kommt da nicht raus. Mal runter da. Wuh! 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 Verdammt! Wuh! Ja, nun komm! Der kommt da auch nicht raus, das ist gut. Der kommt da auch nicht raus, boah! Jetzt hab ich den Thrimp grad nicht gesehen, ey. Oh, scheiße. Okay, das sind ekelhafte Gegner. Schneller! Nein! Oh fuck, ich bin nicht gesprungen. Ich hasse diese Raz-Normas. Mann. Jetzt müssen wir nochmal da durch. Oh shit. Ich muss einen umkloppen, dann muss ich bei den anderen... Geh rüber. Nein, das war... Das war Lack. Wie hat das denn jetzt geklappt? Komm, komm. Gotcha. Ja, Thrim. Passen. Bist du? Da muss man echt gucken, so. Gar nicht so leicht. Oh, und scheiße, das war doof. Ha, nicht. Langsam an. Langsam an, Duwan. Du hast alle Zeit der Welt. Okay, hier kann ich so rüber. Wo ist der Thrim? Da ist er. Genau aufpassen hier. So, dasselbe machen wir jetzt nochmal. Hier ist ein Weg. Jetzt bin wir hier drauf. Was äußerst doof war. Oh, weg da drauf. Macht nichts, macht nichts. Kein Problem. No problem. Ich kann den letzten so ausknocken. Jawoll. Rezanor ist der... Ist irgendwie Abschneid der ekligsten Bosse, ey. Wenn die sich die Dinger da unten auflösen, ist der echt kacke. Ich bin bald. Vielen Dank.